Hopp! So, da sind wir wieder zurück bei Ednaitt. Bricht aus und überall hin und ich weiß jetzt schon wieder gar nicht mal wo wir waren. Wir waren auf jeden Fall mit einem Wäscheleft unterwegs. Und haben Herrn.. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Na nü. Und haben Herrn Mantel besprenkelt, wollte ich gerade sagen. Aber Herr Mantel ist weg. Ja aber wo ist der Mantel ... Also, Herr Mantel... Hm. Gut, dann sind wir wieder hier gelandet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was wir jetzt machen müssen, wo wir jetzt hin müssen. Ich hoffe, es spoilert auch keiner, weil wir wollen ja hier selber durchkommen. Hier gab es soweit gar nichts. Den Poké haben wir hier auch schon angeklickt. Und hier draußen. Ich könnte schwören, wir hatten ihn ja auch schon angeklickt. Und da haben wir nun einen Raum mit acht Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann. Und dort die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weg geht, sind halt zwei Türen. Aber tatsächlich ist nur eine benutzbar, wohin die andere Tür führt. Wissen wir während Ende bricht aus, nicht? Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys Neue Augen wieder gut gemacht. Mhm. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite das Gitter. Und da sind die Türen groß genug und man kann sie halt alle betreten. Bis auf natürlich die eine Tür zum Wäschelift. Da steht die Kamera dann vor. Ach so. Kamera. In Harveys Neue Augen findet ihr endlich raus, was hinter der letzten Tür ist. Uh, kauft Harveys Neue Augen. Haben wir doch schon längst. Wahrscheinlich eine Zweitkopie. Ähm, ja was war denn hinter der Tür? Ich weiß das schon wieder gar nicht mehr. Weiß jemand von euch noch was hinter der Tür da hinten links war? Weiß das noch jemand? Sagt's doch mal. So, hier haben wir auch schon alles zerstört. Hier haben wir auch schon alles, äh, gemacht und getan. Wegschmeißen will ich hier nichts. Mit dem haben wir auch schon gequatscht. Hm. Huch. Ach so, ich kann ja nicht mit dem Fenster reden. Hallo. Hallo Prinzessin. Hallo. Okay, hier gibt's auch... Hier gibt's soweit auch nichts Neues. Aber dann klicken wir den Poki hier auch mal an. Naja, dieser Raum hat mir nie so richtig optisch gut gefallen. Ich fand den immer, also die Striche waren mir zu dicht aneinander und die Perspektive fand ich irgendwie verkürzt so. Sehr gut, dass ich den Harveys Neue Augen auch nochmal nachzeichnen konnte. Ich hab, das ist einer der wenigen Räume, wo ich wirklich das alte Layout genommen habe und das Ganze halt mit einer HD-Auflösung nochmal, äh, ganz neu gezeichnet hab. Hat sich gelohnt. Ich glaub, der direkte Vergleich... Müsste ich mal ausprobieren. Die Spreeds nebeneinander halten. Und dann vielleicht masturbieren. Weiß ich nicht. Das, äh, ja, ja, ist auf jeden Fall, äh, FSK 12 oder was das Spiel hat. Doch, passt schon. Dachte ich's mir doch, verschlossen. Mist. Können wir mit dem Zettel was anfangen? Nee, ich geh hier mal wahllos durch die Gegend und überlege, was wir jetzt noch machen können, was wir jetzt noch machen müssen. Wir sollen doch den Generalschlüssel kapern. Dazu brauchen wir die Puzzle-Medaille. Wir müssten eigentlich mal mit dem Alu-Mann reden. Der hat doch jetzt einen neuen Kleiderbügel, wenn mich nicht alles täuscht. Am Flurende waren wir auch schon. Hm. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Eine Decke. Ja, ich würd mal sagen, dann... Ich würd am liebsten sofort die Chips reinkrümeln. Aber ihr kennt ja das Prozedere. Schade. Vielleicht ein Kleiderbügel? Das Laken ist zu groß für den Bügel. Man möchte sich direkt reinfallen lassen. Dann mach es doch, aber ich glaube, da sind die Zwillinge drunter. Hier steht nichts davon, dass man sich die Cocktails ans Bett bringen lassen kann. Da steht aber auch nicht ausdrücklich, dass es nicht geht. Die Handschrift des Baumanns ist einfach zu schwer zu entziffern. Ich habe Hoti und Mutti nicht nach ihrer Telefonnummer gefragt. Ich Idiot. Wieso, willst du die daten, die beiden? Was sagt ein Dronkelbecher dazu? Iiiiih, da liegen jetzt Fußnägel auf dem Bett. Iiiiih. Iiiih, da ist Rotzer auf dem Bett. Das ist kein Nachttopf. Wäre aber lustig, wenn wir den auch noch drüber auskippen könnten. So, alles mal kaputt machen. Kennt ihr doch. Ich warte noch drauf, die Chips lasse ich mal kurz aus. In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Oh nein, was wird Herr Gordon bloß dazu sagen? Liegen denn nicht unter den Laken? Achso, das hatte ich ja gerade. Hm, immer schön drauf da. Sieht aus wie zu Hause. Naja, aber sauber ist was anderes, würde ich behaupten. So, das haben wir auch. Dann noch ein bisschen drauf rumklöppeln. Ja, kann sich doch mal abreagieren. Vielleicht noch was draufmalen. Juuuuh. Und vielleicht noch ein bisschen reinkrümeln. Uh, im Bett darf man aber keine Chips essen. Jaaaa, hat funktioniert. Wunderbar. Jetzt müsste doch eigentlich alles gewechselt werden, oder? Ach, warte mal, bevor wir jetzt weggehen, fragen wir nochmal Poki. Ja, die Idee zu Hoti und Mutti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch. Und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz. Der sehr viel Spaß daran hat. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich. Aber wahr. Äh, die Idee von, äh, die, die, die ich dazu beigesteuert habe, ist Broti, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Das mit den Zwillingen, mit dem einen Pulli, den sie sich teilen, hat mich auch ein bisschen an, äh, wie hieß es nochmal? Day of the Tentacle, ne? Wenn man zum Schluss da so am Zeitreisen ist, pipapo, und dann kommt man doch da aus der Maschine raus mit dem großen Pulli. War das nicht so? Ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich glaube, das war so. War bestimmt auch Gesellschaftskritik. Keine Frage. So, wir haben das Bett erfolgreich vollgesaut. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt hier weggehen. Ist das Laken noch da, wenn wir wieder hingehen? Oder wird es schon direkt weggeräumt? Das Laken ist noch da. Verdammt. Wie? Die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Wie, was denn noch für härtere Geschütze? Was kann man denn da noch machen? Also draufkoten ist wohl eher nicht so. Verdammt. Was kann man da jetzt noch machen? Ich weiß nicht, wie ich das da noch verunreinigen soll. Also selbst als höchst professioneller Bettverunreiniger gehen mir langsam die Ideen aus. Es sei denn, man könnte den Topf vielleicht doch als Nachttopf und dann da drüber. Aber das ist dann auch schon sehr ekelhaft. Ich wäre gern bei dir, ich würde dich heute gern noch sehen. Wir könnten in dich essen und danach ins Kino gehen. Doch leider wird dafür wohl mein Zeitkontingent nicht reichen. Denn ich muss noch Lichtkanten zeichnen. Wir könnten in den Zoo, wir könnten an die Ostsee schwimmen. Wir könnten eine Menge tun, das mag ja alles stimmen. Doch ich bin doch am Zeichnen, werd dich dann wohl doch versetzen. Denn ich muss noch Schattenlayer setzen. Schattenlayer setzen. Lichtkanten zeichnen. Schattenlayer setzen. Und Lichtkanten zeichnen. Ja, Mensch Poki, hätt' so was sagen können. Dann werden wir schön romantisch essen gegangen. Ne, das war bestimmt ein Lied für Prinzessin Schattenlayer. Ähm, ich geh mal lieber ganz schnell raus. Boah, wie ruhig es hier auf einmal ist. Also die Audiokommentare, die lohnt sich ja doch schon. Kann man ja nicht anders sagen. So, ich klappe hier nochmal ganz kurz die Türen ab. Ich hoffe ja darauf, dass wir das Laken dann hier irgendwie finden. Aber ich bin mir da gar nicht so sicher, ob es dann wirklich so sein wird. Waren wir hier schon drinnen gerade? Ach, das war der überflüssige Raum. Ich will nur ein bisschen mit den Türen knabbern, weil ich das Knarzen so schön finde. So, Herr Mantel ist also nicht da. Herr Mantel müsste dann doch... Ja, Herr Mantel müsste doch dann eigentlich in der Reinigung sein. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäschelift-System, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Fäschelift-System wird von Herrn Mantel bewohnt. Er wohnt in einem Regenschirm in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Mhm. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krud und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was das überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach egal, jetzt akzeptiere ich das auch noch. Genau. Und so kam es nie dazu, dass mich irgendjemand gefragt hat, ob es überhaupt sowas wie Wäschelift-Systeme gibt in alten Häusern. Wahrscheinlich nicht. Aber der Raum ist ein gutes Beispiel dafür, mit wie wenig Animationen man halt Bewegungsillusionen erzeugen kann. Es wird tatsächlich nur immer eine Grafik im Hintergrund vorbeigeschoben. Eine nette Sache, die ich noch erzählen kann, ist, dass Jens Andresen, der den Herrn Mantel gesprochen hat, zu den Aufnahmen extra so ein falsches Gebiss mitgebracht hat. Falsche Zähne, weil er halt mit dem Gebiss halt irgendwie so klang, als hätte er keine Zähne mehr. Tatsächlich hatte er also zweimal zwei Zahnsätze im Mund und ich keine Zähne. Jens hat die Zähne übrigens zu den Aufnahmen von Harvys neuer Augen wieder mitgebracht. Wahrscheinlich hatte er sie drei, vier Jahre lang nicht im Mund. Hoffen wir mal, dass er genügend Corregatabs hatte. Oder vielleicht hatte er die die ganze Zeit im Mund. Zwei Zahnreihen sind doch eigentlich cool. Da kommt der nächste Ausgang. Du sagst es. Ja und ganz ehrlich, ich... Huch, ach guck mal, wo wir hier sind. Ach ja, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich hier abspringen kann. Hilfe! Oh. So kann ich hier also abspringen. Ach Mensch. Einen Kleiderbügel haben wir hier noch. Das ist wahrscheinlich der von Herrn Mant... Herr Mantel in der Waschmaschine. Nö. Huch nein, du sollst den natürlich... Du kannst den auch erstmal ansehen. Guck mal. Das ist die Nummer eins. William Riker. Ne, nimm doch einfach mit. So, jetzt haben wir auch die Nummer eins. Wir haben die Nummer eins und die Nummer zwei. Und die Nummer eins geben wir dann wahrscheinlich vermutlich mal dem Alu-Mann. Nummer eins. Und das hier? Nummer zwei. Hey. Und das da? Das ist ja Herr Mantel. Können wir mit dem quatschen? Der hat bestimmt gerade nichts zu tun. Herr Mantel! Er hört mich nicht. Schade. Können wir vielleicht noch irgendwas dazu machen hier? Waschmaschinen? Hm hm hm. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Hm. Können wir die benutzen? Heute ist nicht Waschtag. Können wir vielleicht ein bisschen Senf in das frische Fach packen? Ja. Nimm es weg. Nimm es weg. Du brauchst keine Angst zu haben. Das ist bloß Senf. Böse Senf. Böse Hobbit. Macht böse Flecken. Guck. 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 Okay, das geht wohl nicht. Fuh. 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 Für die einen sind es nur Fußnägel. Für die anderen sind es die proteinreichsten Schraubenzieher der Welt. Fuh. Proteinreichste vor allen Dingen. Äh. Ich frage mich grad, wie viel Spaß müssen die eigentlich bei den Aufnahmen gehabt haben. Da fehlt das Bindeglied. That's what she said. Ähm, ja, Moment. Was... was riecht denn hier so? Oh, sorry. Das sind wohl die Reste vom Stinkdrink zwischen meinen Zähnen. Soll ich dich reinigen? Ähm, vielleicht später?